Hallo, heute zeige ich dir, wie du ganz einfach aus deinem abstrakten Bild eine Spruchtafel machen kannst. Dieses Bild kennst du aus einem anderen Video. Ich hatte es versiegelt und deswegen kann ich es jetzt abwischen und anschließend neu beschriften, und zwar mit Kreide. Ich nehme etwas Wasser, mache meine Rolle damit nass, denn so gibt sie nachher besser den Binder ab, gebe dann meinen flüssigen Acrylbinder dazu, mische das Ganze in meiner Schale, messe dann auch gleichzeitig meine Rolle damit ein und fertig ist meine Acrylversiegelung und streiche jetzt einfach mein Bild damit ein. Ich rolle lieber zwei, dreimal verdünnt über die Fläche als einmal unverdünnt. Lass die Schichten immer trocknen. Zwei Schichten reichen wahrscheinlich, aber manchmal sind es auch drei. Wenn deine Fläche richtig durchgetrocknet ist, kannst du deine flüssige Kreide nehmen oder auch ein Stück Kreide und deinen Spruch draufschreiben. Es gibt die Kreide auch als Stück oder als Stift. Hauptsache es ist Pastell Kreide. Die flüssige Kreide eignet sich tatsächlich am besten, weil die am meisten Pigmente abgibt. Ja und mehr ist es nicht. Also einfach dein Bild versiegeln. Das siehst du ja öfter in meinen Videos. Ich mache das zwischendurch mal um eine Schicht zu schützen oder auch um eine Zeichnung zu fixieren. Das habe ich dir auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Theoretisch kannst du das auf all deinen Bildern machen, die du gemalt hast. In Acryl, in Öl natürlich auch, weil die sind ohnehin resistent gegen Pastellkreide oder Wasser. Es geht ja mehr darum, das ganze wieder auch abwischen zu können. Deswegen keine Ölkreide nehmen, denn Ölkreide haftet und die geht eben nicht mehr ab. Wie du ganze Sprüche übertragen kannst oder deine Zeichnung übertragen kannst mit Kreide und hinterher versiegeln kannst mit dem Acrylbinder. Das habe ich dir schon in mehreren Videos gezeigt. Die sind noch mal verlinkt in der Infobox. Da kannst du einfach noch mal reingucken. Ja, ist also ganz einfach, dein abstraktes Bild noch weiter zu gestalten. Ja, probiere es einfach mal aus. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat und danke dir fürs Like. Tschüss! bis zum nächsten Mal ! Untertitelung des ZDF, 2020